Hallo, wer auch immer diese Aufnahmen findet, ihr müsst diese Riesensache unbedingt aufklären und an die Öffentlichkeit bringen. Nicht auszumalen, was passiert, wenn die nicht gestoppt werden. Das müsst ihr jetzt übernehmen. Ich befinde mich gerade auf dem Gelände des Parks am Gleisdreieck. Mein Name ist Captain Crunch, also mein Hacker-Name, eigentlich heiße ich Markus. Und gerade sind ein paar Leute vermutlich BND-Doppelagenten hinter mir her. Ich werde beschattet und ich habe Angst, dass mir etwas zustößt. Ihr habt ab jetzt bis 12 Uhr Zeit, die Sache aufzuklären, ansonsten... Ich habe noch alle wichtigen Infos und Daten, die ich gesammelt habe, verstecken und verschlüsseln können. Passt auf, hier eine erste Aufgabe für euch, ihr Genies. Das wird schlimmer als Fukushima, Freunde. Nicht auszumalen, was passiert, wenn die nicht gestoppt werden. Das wird schlimmer als Fukushima, Freunde. Nicht auszumalen, was passiert, wenn die nicht auszumalen, was passiert, wenn die nicht auszumalen, was passiert.